so mission 7 golf mit granaten schönes spiel nur leider fast durch so be very careful what you say next tell me what you need me to do domiciano the don had made clearance an offer he couldn't refuse he wanted the boss killed in front of his whole family the europeans rented a golf course in poodle springs a bachelor party in the boss was making a rare appearance the only problem was that no one in the luciano family had ever seen his face clarence was done with leno and moro's intel so he came up with a new plan to send one of their hostage cousins to point him out how am i supposed to make out our guy roger that clarence blackhawk will be wearing a pin on his coat right a pin i'll give a shout if i need to that over the party's two clicks cd 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 wait i know that for you girl tiny dogs were a big accessory for the wives and lady friends in the and the theme for this party was bunnies tiny fluffies you couldn't spring for some snipers come on now with golfers to me or was but cool that we will gleich zu Anfang hier eine andere waffe haben die ist das ein Party oder ein Militärer? mach dich oh ne jetzt kommen wir wirklich in jeder ein bisschen in die Rügel ah, die kriegte es gerade mit Groundhog, das ist Dispatch Dispatch? Groundhog? Es ist ein Codenate wo die Hölle ist mein Target? Es sollte irgendwo neben dir sein wir sagten ihn zu treffen auf der Südde der Party Zone Mauro, versuchte einen Blackhawk für Groundhog hier lass mich wissen ich nie gesehen habe eine Party wie dieser ich meine, der Level von... ich bin von der Flin hier hier ist Dispatch ich sehe den Blackhawk er ist bei einem filen bunt Sie sind alle Tenten blühen. Kannst du mich sehen? Er ist nur noch wunderschön. Er ist zurück. Blackhawk zurück. Blackhawk zurück. Das war er? Du hast nicht gesagt, was er hatte. Der Mann wird uns töten. Wir werden nie finden den Boss. Oh Gott. Use deine Binoculars. Sie sehen jemanden unter heavy-guard? Give me a second, Clarice. Ich schaue ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Oh, das ist schlecht. Christ, I'll figure it out. Aber ich finde es auch cool hier mit dem Dreck wegwischen. Oder wie gesagt, am Anfang hier mit den Haaren. Alleine die Features hier im Spiel. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Kässchen. Boah, Bombe. Äh, Bombegranate. Ach, Munizionspiste. Ach, hier sind es Luftballons hieß. Da haben wir bestimmt auch schon einen über 10. Ja. Warum nicht du antworten? Ich bin ein bisschen busy. Du findest den Mann? Even besser. Wir kamen mit einem Plan. Und das klingt nicht gut. Hey, du hast den ersten Plan, tough guy. Wir versuchen, das best wir können hier. All right, all right. Tell me, was du denkst. We've seen one of them giant cakes come through. The kind that has a girl inside. If that boss is any kind of man, he ain't missing that. We'll think of something while you get to that cake. It's in a tent down the middle marked Catering. Oh, das sind immer andere Hunde. Die haben immer was anderes an. Komm, die hätten mich doch sehen müssen. Da ist sie doch, oder? Ach, da ist noch eine Torte. Ich wollte sagen, ich gehe doch die hier. All right, I'm in the tent. You find the boss? Here's the plan. Infiltrate that cake. What? Just get inside. They're about to move it. How do you know he'll be there? Wouldn't you be? All right. And then you pop out. Boom, boom. And you show them cake is bad for you. Hey, let's fiddling. Pow, right in the mouth. I'm going to trust you on this. Give me a minute to process that. I'm a special surprise guest. Groom's an old buddy. He's going to love it. All right, Sugar. You ready? You better believe it. Here we go. When you hear the drum roll, that's your cue, okay? I got it. My client, Cherry Pops, was one of the best cake girls in the country. She could pop out of a cake like a... I hope you're ready, because it's time. I think I see him. Think? Here we go. Nach Kopfschuss-Training ist bei denen, die angezeigt werden, okay, da habe ich natürlich auf die Schnelle überhaupt nicht geschaut, bevor das letzte Mal. So, jetzt wird's Zeit für Gesundheit. Maybe he's near the pool. That place is loaded with broads. Maybe one broad and a cake wasn't enough for the big broads. I don't want to hear again about 80 cakes. Keine Munition mehr. So, unser ganzes Medikits schon umsonst. Was? Wir sind gestorben. Na ja, unser zweiter Tod jetzt. Bis jetzt in sieben Missionen. Ey, was ist denn hier los? Schon wieder fast am Ende. Schon besser. Aber wenn nur einer kommt, ist ja schön. Manchmal schieße ich viel zu hoch. Klatsch nach weg. Oh, meinst du mal. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich ... ... ... ... ... ... schon wieder alle aber hier seht ihr schon wenn er hier mal auf die brust schießt das sind immer die panzerung bringen uns nichts hier den granaten ausweichen ballon eigene leute so schnell komme ich gar nicht zu keine die 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 Das war's für heute. Ach, da ist auch noch einer. Was ist denn das Grüne hier? Mit der Bombennähe? Oh, schönes Feuerwerk. Armageddon da? Was machst du? Boss nicht hier. Gib mir ein paar Nachrichten, Mauro. Du musst nach dem Pool. Es ist nur hinter den, äh, äh, dem Busch ist. Der Ficket. Du musst nachdenken. 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 Schnappern. Du musst nachdenken. das ist Hatte der gerade einen Verband über die Augen? Wo war das eine jetzt eigentlich der Boss? Er ist nicht hier oder? Don't you tell me to go back Negative Groundhog Only place left is a parking lot and it's just behind your position Find the guy I'll wrap this up Ja, zieht uns aber die Einschusslöcke hier schön in der Wand So, Volltreffer Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Eins, zwei, drei, oh ja, fünf, sechs Nein, Unschärfe überfurcht Nein, Unschärfe überfurcht Ja, bis in den Pool komm Achso, wir haben eine Munition bekommen Da rutschen sehr viele aus hier am Spiel Of course wir sind Wir machen Wir machen Unschärfe überfurcht Der Hund muss so langsam mal genug haben. Wenn ihr nicht ganz wartet bis es rum ist, dann habt ihr halt nur ein paar Schuss im Magazin. Ja, shit, war mal zu langsam, komm doch mal hin. Na, wir haben dann, oder? Ne, haben wir nicht, doch, wir haben dann. Achso, jeder mit seiner Panzer rum. So, alle. Nein, gleich drei Hunde, oh mein Gott. Haut bloß ab, ey. Sind die Hunde weg? So, ich brauche auf jeden Fall Gesundheit und Munition, ganz wichtig, wenn es noch weitergeht. Na ja, der wird weg sein. Na ja, der wird weg sein. Was bedeutet das 49? 49 ist du. 49 little killers visitet Kokoschkrupp. 49 stories ending just like this. Was würdest du sagen, Ferdinand? Ich will remember deine letzte Worte. Okay. Okay. Oh, oder? Dann haben wir uns das schon? Oh, ja, es ist grave. Aber, wenn du auf dem Abstand hast, was du warst. Oh, es ist sicherlich. Oh, Jesus! Oh, Christ! Oh non, Christ. Oh, das ist schlecht. Okay. Okay, wenn wir jetzt die haben, was ist dann im letzten Level? Ja, bis jetzt schaut es so sehr gut aus, ne? Zwei, na, voll. Naja, Rang drei kann man lassen. Einen Tod haben wir wieder. Ja, das kann man nicht ändern, das passiert. Aber ich denke, zweimal bis jetzt gestorben in den ganzen Missionen kann man verkraften, ne? So, okay. Haben wir. Jetzt kommt die letzte Mission, Bloodshard. Oh, da werden wir hier wieder mit, boah, wie heißt das? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Nächste Folge. Dankeschön, macht es gut. Tschüss. 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 Tschüss.